Die sich ihr angebotene gepflegte Einzimmerwohnung ist ab April 2015 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Frankfurt-Nordend-Ost. Das Objekt befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 17 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 560 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Vielen Dank.